Nicole Diekmann in Moskau. Didier Burghalter, der Schweizer Bundespräsident und gleichzeitig tonusgemäßer Chef der USZE, will am Mittwoch zu Gesprächen mit Wladimir Putin nach Moskau kommen. Worum soll es denn bei diesen Gesprächen gehen? Um einen runden Tisch soll es bei diesem Treffen hier im Kreml gehen am Mittwoch. Der soll eingerichtet werden in der Ukraine unter dem Stichwort nationaler Dialog. Das sagt schon eine Menge über die Ukraine aus. Es muss mittlerweile ein runder Tisch eingerichtet werden, damit die Parteien, die unterschiedlichen Parteien der Ukraine überhaupt noch miteinander sprechen, überhaupt erst mal wieder ins Gespräch kommen, um die Gewalt zu stoppen. Darüber wollen Putin und Burghalter am Mittwoch reden. Ergebnis offen. Ja, das wäre jetzt meine Frage. Es geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen um die Rolle der USZE im Land, im Einsatz in der Ukraine. Welche Ergebnisse sind denn möglich überhaupt, auch für die USZE? Naja, ich würde mal sagen, es sind kaum Ergebnisse möglich. Denn dieses Treffen hier am Mittwoch und das Thema dieses Treffens, dieser runde Tisch, der birgt zwei große Probleme in sich. Das erste ist, dieser runde Tisch soll vor dem 25. Mai noch eingerichtet werden. Am 25. Mai soll die Ukraine wählen, sind die Präsidentschaftswahlen angesetzt. Aber in der Region Donetsk, wo ja auch gerade fast schon ein Bürgerkrieg tobt, meine Kollegin hat es ja eben gesagt, sie spricht schon von einem Bürgerkrieg, in Donetsk wird am 11. Mai, zwei Wochen vor den angesetzten Wahlen, darüber abgestimmt, ob man überhaupt noch zur Ukraine gehören will. Der 25. Mai, das sagt Katrin Eigendorf ja auch, die im Moment in Donetsk ist, der interessiert niemanden in Donetsk. Also das heißt, es geht viel Zeit verloren. Dieser runde Tisch würde der Situation, die im Moment in der Ukraine herrscht, überhaupt nicht gerecht. Und der zweite, der zweite große Fehler, würde ich es nennen, dieses runden Tisches und dieses Treffens hier am Mittwoch in Moskau ist, Es geht um einen nationalen Dialog in der Ukraine und darüber sprechen der OSZE-Vorsitzende und der Präsident von Russland. Nicht der Übergangspräsident der Ukraine oder der Regierungschef der Ukraine, sondern der Präsident Russlands, Wladimir Putin, der bei jeder Gelegenheit immer wieder dementieren lässt, dass er Einfluss habe auf die pro-russischen Kräfte, die da gegen Ukrainer oder pro-ukrainische, pro-westliche Kräfte kämpfen. Das kann ja so nicht sein. Es wird ja indirekt damit auch wieder anerkannt. Dass Putin sehr wohl großen Einfluss hat. Das letzte Mal wurde das anerkannt. Das haben wir noch gut in Erinnerung. Am Wochenende, als er sich stark gemacht hat für die Entlassung der Militärbeobachter der OSZE, hat sich auch Deutschland bei ihm dafür bedankt. Also das heißt, so ganz sauber ist das alles nicht. Es ist ein Eingeständnis. Putin hat mehr Macht, als er zugeben möchte. Und was er mit dieser Macht im Moment tut, ja, das sehen wir gerade im Osten. Also ich glaube, dass so ein runder Tisch zum Scheitern verurteilt ist. Das ist natürlich, man muss das Gute ja auch sehen, nochmal ein Eingeständnis, dass die OSZE hier wahrgenommen wird. Dass es anscheinend doch noch die Hoffnung gibt auf diplomatische Verhandlungen, dass sie doch noch zu einem Ziel führen. Aber dieser runde Tisch wäre nicht die erste Initiative, die zum Scheitern verurteilt ist. Das Genfer Abkommen von Anfang April, in dem es um Entwaffnung ging und um die Räumung von besetzten Gebäuden im Osten der Ukraine, war nach wenigen Tagen ja schon Makulatur. Also wir sind hier alle sehr, sehr pessimistisch. Ja, dann wird sich wahrscheinlich Herr Putin auch kaputt lachen über Steinmeiers Vorschlag. Also der deutsche Außenminister will ja ein Genf 2. Und Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, sagt, sie fordert Wahlen in der ganzen Ukraine. Wie sieht man das denn in Moskau, diese Äußerungen? Also ob Wladimir Putin sich kaputt lacht, davon muss man leider ausgehen. Aber natürlich, der Westen hat keine andere Wahl. Der Westen hat gar kein Interesse daran, militärisch einzugreifen in der Ukraine. Und man muss natürlich weiterhin auf die Diplomatie setzen. Es gibt gar keine andere Lösung derzeit, wenn überhaupt. Es gibt keinen anderen Weg, der zu einer Lösung führen könnte. Tja, wir werden sehen, ob es doch noch erste neue Zeichen der Entspannung geben kann. Es geht im Moment nicht mit Moskau. Aber vor allem diese Freilassung der OSZE-Geiseln am Wochenende hat gezeigt, ohne Moskau geht es überhaupt nicht. Erhellende Informationen aus Moskau. Dankeschön dafür, Nicole Diekmann.